Hier ist der WDR, die Aktuelle Stunde, live mit Katharin Vogel und Martin von Mauschwitz. Die Schwimmung, sie scheint sich zu drehen. Seit Tagen werden ja schon die Rufe nach einem harten neuen Lockdown lauter. Und nun sogar nach einem früheren Corona-Gipfel. Guten Abend Ihnen im Wochenende. Und während die einen schon gefühlt den neuen Shutdown vorbereiten. Wir rennen sehenden Auges ins Verderben. So warnen heute die Intensivmediziner. Deutschlandweit sind noch rund 1600 Betten auf Intensivstationen frei. Die Zahl der Corona-Patienten steige zu schnell. Deshalb fordern sie einen harten Lockdown. So wie gestern schon der Bundesgesundheitsminister Spahn, Karl Lauterbach. Sowieso, es wirkt als Stimme man die Bürgerinnen und Bürger allmählich darauf ein. Die Frage nach einem neuen, harten Lockdown wird die nächste Woche bestimmen. Schließlich sind die aktuellen Maßnahmen, um mal im Osterbild zu bleiben, nicht das Gelbe vom Ei. Aber vielleicht können wir bis dahin schon ein paar wichtige Fragen beantworten. Eine vorgezogene MPK mit Kanzlerin. Fragen wir dazu einen, der vor seinem Amt als Bundestagsabgeordneter auch schon in Duisburg als Notarzt gearbeitet hat. Von der Corona-Front ins Parlament, sagt er immer selbst. Janosch Dahmen, wir erreichen ihn in Berlin. Guten Abend. Guten Abend. Herr Dahmen, was denken Sie, wenn Sie von einem vorgezogenen Corona-Ostergipfel hören? Es gibt aber auch Städte und Kreise, die Ostern Team Vorsicht sein möchten, auch was die Ostergottesdienste angeht. Die Stadt Lage im Kreis Lippe zum Beispiel hat nach hohen Corona-Infektionszahlen in einer Baptistengemeinde ein generelles Gottesdienstverbot beschlossen. Bis weit über Ostern hinaus. Die Landesregierung hatte der Stadt verboten, alle Gottesdienste zu untersagen. Aber der Stadtrat hat mit deutlicher Stimmenmehrheit das Gottesdienstverbot dann für alle Glaubensrichtungen einfach beschlossen. Der Inzidenzwert in der Stadt liegt bei rund 750. Der Bürgermeister von Lage erklärt die Entscheidung deshalb so. Es ist eine der wichtigsten Fragen in dieser Pandemie. Wo ist das Ansteckungsrisiko besonders hoch? Aus wissenschaftlichen Studien weiß man, Arbeitsplätze können Hotspots sein, Schulen, Kindergärten. Viel Ansteckung passiert natürlich auch zu Hause, wo Menschen keinen Abstand halten und keine Maske tragen. Die Stadt Köln, deren Corona-Inzidenz noch locker über dem Bundes- und Landesdurchschnitt liegt, die wollte wissen, wo sind denn eigentlich die Hotspots innerhalb der Stadt? Und gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut hat man das wissenschaftlich untersucht. Das Ergebnis ist vielleicht nicht überraschend, aber doch erschreckend. Dort, wo mehr Arme und Arbeitslose leben, stecken sich auch mehr Menschen mit dem Coronavirus an. Bitte sehr. Vielen Dank. Und wir bleiben so ein bisschen beim Management dieser Pandemie. Denn wenn es um das Thema Impfen geht, dann schwanken wir auch zwischen zwei Dingen ständig her. Wir wollen in Deutschland gerecht sein, aber bitte auch schnell. Und dann macht das echte Leben einen Strich durch die schöne deutsche Impfplanung. Das zeigt Heukle wirklich ganz wunderbar ein Tweet einer Ärztin, die dieses Wochenende zigtausendfach geliked wurde. Wir könnten heute über tausende berichten, die sich dieses Wochenende auf den Weg nach Mallorca gemacht haben. Trotz aller Warnungen allein dieses Wochenende rund 130 Flugzeuge in Palma aus Deutschland. Wir könnten auch darüber sprechen, dass die Urlauberinnen und Urlauber jetzt gar nicht das bekommen, was sie vielleicht erhofft haben. Denn ab heute gelten da neue Regeln. Cafés, Bars, Pool, alles muss um 17 Uhr dicht machen. Die Corona-Fallzahlen steigen da nämlich. Aber wir wollen heute auf die gucken, die die Touristen heute sehnlichst erwarten. Jeder Dritte lebt seit der Pandemie dort in Armut. Hunger, Not, Elendsprostitution, all das gibt es gerade auf der liebsten Ferieninsel der Deutschen. Das Virus brachte die Not. Was für eine Tristesse. So, einfach, um mal auf andere Gedanken zu kommen, lassen wir doch mal 420 Kilo Sprengstoff hochgehen. Die Sprengung des Jahres heute in Lünen im Kreis Unna. Was macht man nicht, um Abwechslung zu kriegen? Da wurde ein altes Steinkohlekraftwerk des Essener Stromkonzerns Steak weggehauen. Das Ding liegt mehr als zwei Jahre still und muss weg. Normalerweise sammeln sich für so eine Sprengung ja immer eine Menge Zuschauer an den Absperrungen. Das geht wegen Corona natürlich nicht. Aber dafür gibt es ja uns das Fernsehen. Und direkt der nächste Kracher, ein Klassiker, das Tor des Monats. Jeden Monat gewählt von den Zuschauern der ARD Sportschau seit genau 50 Jahren. Martin hat mir alles genau aufgeschrieben. 23. März 1971 schoss Gerd Faltermeier von Jahren Regensburg das erste Tor des Monats. 556 Striche an der Wand von Martin zu Hause folgten. Mit diesen Grafiken wurde die ausgewählten und nummerierten Tore in den 70er Jahren einmal im Monat dann in der Sportschau gezeigt. Du erinnerst dich also nicht mehr an dieses Tor. Na sowas. Der Sieger-Torschütze bekommt eine kleine Medaille und da kann ein Kicker, Multimillionär, sonst was sein. Diese Trophäe, die ist immer noch was Besonderes. Apropos ausrasten, jubeln, tanzen und feiern ohne Mindestabstand. Bei den Bildern gleich, denken Sie, die müssen doch alt sein. Die sind doch niemals von diesem Wochenende aus Barcelona. So, jetzt spingseln wir schon mal so ein bisschen durch den Vorhang, werfen einen zaghaften Blick auf das Wetter in der Osterwoche. Die steht ja jetzt an. Ich hoffe, Sven Plöger, er hat das mit dir abgesprochen. Was siehst du so für Farben in deiner Glaskugel? Der spricht nie was mit mir ab. Der fragt irgendwas und dann sage ich immer, wechselt bewölkt mit einzelnen Schauern kurzen Auffällungen. Und deswegen kommen wir immer gut zurecht. Und Ostern wieder kühler. Lieber Sven, du hast die beste Glaskugel von allen. Vielen Dankeschön. Auch unabgesprochen. Tschüss. Hier gibt es jetzt für Sie das Politmagazin für NRW, Westpol und die Kollegin Siam El-Mamuni. Die freut sich auf Sie. 2. 3. 7.